Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, gibt es erstmal die guten Nachrichten. Vor gut zehn Jahren hatte Horst Andritzke eine gute Idee. Da es am Bistensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde an natürlichen Abbruchkanten mangelt, in denen Eisvögel brüten können, baute er in Absprache mit dem See-Eigentümer einen Brutkasten und stellte ihn dort auf. Die ersten Bruterfolge konnte der Naturschützer 2015 verbuchen, als ein Eisvogel sieben Eier legte. Aus denen schlüpften am Ende sieben Jungtiere. Dieses Jahr ist es nun zu einem Rekordergebnis gekommen. Schon das dritte Gelege hat Andritzke dieses Jahr an dem Brutkasten gefunden. Er erwartet, dass die sieben Jungtiere am 6. September ausfliegen. Moin an alle Frühaufsteher in Schleswig-Holstein an diesem Dienstag, den 29. August. Ich bin Marc Naasner und habe euch diese Themen mitgebracht. Im Schwerpunkt geht es heute um sogenannte Perspektivschulen. Wir gucken, wie so Artenschutz wichtig für das Klima ist. Außerdem sprechen wir mit einer Fußballpionierin aus Krogaspe. Aber nun kommen wir erstmal zu unserem Schwerpunkt. Heute im Fokus. 62 sogenannte Perspektivschulen gibt es in Schleswig-Holstein. Laut Bildungsministerin Karin Prien liegen diese in einem besonders herausfordernden sozialen Umfeld. In den Grundschulklassen gibt es viele Schülerinnen und Schüler, die kaum Deutsch sprechen oder sonderpädagogische Hilfe benötigen. Auch Schulen mit vielen Sitzenbleibern und schlechten Ergebnissen in den landesweiten Vergleichsarbeiten in Mathe und Deutsch zählen dazu. Von den 62 Perspektivschulen liegen gut ein Drittel in den beiden größten Städten Kiel und Lübeck, jeweils fünf in Rendsburg und Flensburg. Insgesamt hat Karin Prien 30 Grundschulen, 20 Gemeinschaftsschulen und zwölf kommierte Grund- und Gemeinschaftsschulen ausgewählt. Ausgewählt heißt, dass sich diese Schulen in einem Förderprogramm befinden, mit dem die Bedingungen vor Ort verbessert werden sollen. Dieses läuft allerdings 2024 aus. Die Schulen sollen anschließend Fördermittel aus dem Programm Startchancen des Bundes bekommen. Allerdings will Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger nur eine Milliarde statt der in den Koalitionsverhandlungen festgehaltenen zwei Milliarden Euro bereitstellen. Neu soll nach Stark-Watzinger sein, dass das Geld nach Bedarf vergeben werden soll. Die bisherige Verteilung funktioniert nach dem sogenannten Gießkannenprinzip, also an Einwohnerzahl und Steuerkraft orientiert. Nach Stark-Watzingers Plan würden Länder mit vielen Problemschulen auch viel Geld erhalten. Dazu gehören Berlin, Nordrhein-Westfalen und auch Schleswig-Holstein. Gemessen am Bedarf würde Schleswig-Holstein 41 Millionen statt 34 Millionen nach dem Gießkannenprinzip erhalten. Damit könnte das Programm Perspektivschulen fast komplett weitergeführt werden. Allerdings lehnen Bayern und Sachsen, die so deutlich weniger Geld bekommen würden, das System ab. Neue Verfahrensweise könnte werden, dass nur 5 Prozent mit dem neuen Verteilungsschlüssel vergeben werden und 95 weitere Prozent mit der Gießkanne. Zudem sollen alle Länder zu jedem Euro, den der Bund gibt, auch selbst einen Euro beisteuern. SH-Bildungsministerin Karin Prien ist damit prinzipiell einverstanden, möchte aber, dass die bisherigen Investitionen in Förderprogramme angerechnet werden. Und nun kommen wir zu unseren Klimanachrichten. Meine Kollegin Mahee Krüsemann hat sich mit dem Thema Artenschutz auseinandergesetzt und geguckt, welche Rolle Artenschutz beim Schutz des Klimas spielen kann. Moin Mahee, wieso ist Artenschutz für das Klima wichtig? Kurz gesagt, wer das Klima schützen möchte, muss auch Artenschutz betreiben und andersrum. Denn je gesünder und vielfältiger so ein Ökosystem und darin vorkommende Organismen sind, desto resilienter ist es und desto weniger anfällig für Klimawandel-Folgeschäden. Intakte Moore und gesunde Wälder speichern außerdem viel mehr und viel effektiver CO2. Die helfen also sozusagen direkt noch mit beim Klimaschutz. Haben wir einen direkten Vorteil von einem Ökosystem, das geschützt wird? Ist so ein Ökosystem divers, also gibt es viele verschiedene Arten, dann herrscht auch viel Konkurrenz. Das ist erstmal etwas sehr Gutes, denn einzelne Arten können so nicht überhand nehmen und sich unkontrolliert ausbreiten. Und das ist besonders bei Krankheitserregern natürlich eine gute Sache. Und werden die Biotope hier bei uns in SH denn ausreichend geschützt? Wie das in Sachen Biotop und Artenschutz in Schleswig-Holstein aussieht, da lässt sich das gar nicht so gut für das ganze Land zusammenfassen. Es gibt nämlich regional sehr starke Unterschiede. So setzt sich der Kreis Rendsburg-Eckern-Förde zum Beispiel stark für die Wiedervernässung von Mooren ein. Und das klappt auch ganz gut. Aber jeder Kreis hat ja mit eigenen Herausforderungen und Gegebenheiten zu kämpfen. Alles in allem erreicht im Jahresbericht 2022 zur biologischen Vielfalt, der aus dem Umwelt- und Agrarministerium kam. Die Biotope in Schleswig-Holstein, die erreichen auf einer neunstufigen Skala eine 6. Das steht für wertvoll, aber nur mäßig artenreich. Also da ist noch Luft nach oben. Das war meine Kollegin Mahi Krüsemann, die sich für unser Wochenendjournal mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das 49-Euro-Ticket läuft bisher in SH besonders gut. Dies ergibt sich aus den Mobildaten des Anbieters O2 Telefonica, die das Unternehmen SHZ.de zur Verfügung gestellt hat. Laut den Daten wurden 12,9% mehr Reisen mit einer Strecke von mehr als 30 Kilometern erfasst als im Vergleichszeitraum vor Corona. Laut dem Verkehrsbund NahSH fahren aktuell 210.000 Menschen mit dem Deutschland-Ticket. 47% davon hatten vorher kein Abo für den Nahverkehr. Nach der Mobilitätsanalyse nutzten besonders Pendler das Angebot zur Arbeit. Die Zahl der Bahnfahrten zwischen 6 und 9 Uhr stieg in Schleswig-Holstein um 41,2%. Auch bundesweit stieg der Anteil jedoch nicht so stark wie in SH. Und nun die weiteren Nachrichten aus SH. Weitere News aus Schleswig-Holstein. Die Gotthoffbrücke ist ein absolutes Nadelöwe für den Schleswiger Autoverkehr. Die Brücke leitet die Bundesstraße 76 über den Stadtteil Friedrichsberg. Dass die Brücke marode ist, ist seit vielen Jahren bekannt. Daher wurde sie auf zwei Fahrspuren verengt, um den Beton zu schonen. Allerdings wird die Brücke irgendwann weichen müssen. Einen finalen Zeitpunkt gibt es noch nicht. Aktuell laufen aber die Vorplanungen. Eine Berechnung des Landesbetriebs Straßen hat ergeben, dass die Brücke noch bis ins Jahr 2034 durchhalten müsste. Wird die Brücke abgerissen, hätte dies erhebliche Konsequenzen für den Autoverkehr. Dieser müsste dann durch den engen Stadtteil Friedrichsberg oder noch weiter durch das Umland laufen. Wie das aussehen soll und wie hoch die Kosten sein werden, ist aktuell nicht absehbar. Im Tierpark Hagenbeck hat der lang angekündigte Streik am gestrigen Morgen begonnen. Tierpfleger haben für einige Stunden die Arbeit niedergelegt. Sie fordern mehr Geld für ihre Arbeit. Auf die Tiere soll der Streik jedoch keine Auswirkungen haben. Am heutigen Dienstag streiten die Tierpfleger erneut, diesmal aber den kompletten Tag. Es ist der erste Streik in der Geschichte des Tierparks. Mit der Niederlegung der Arbeit wollen die Mitarbeiter die Geschäftsführung an den Verhandlungstisch zwingen, um einen Haustarif abzuschließen. Tierpark-Chef Dirk Albrecht lehnt dies bisher ab. Im vergangenen Jahr kam es bereits zu einem Warnstreik. Außerdem möchte ich euch den Artikel »Allein unter Männern«, wie Aileen Stein vom FC Krog-Aspel-Geschichte schreibt, von meinem Kollegen Lukas Sixtus ans Herz legen. Aileen Stein ist nämlich die erste Frau, die in SH an Fußballpunktspielen von Männern teilnimmt. Möglich macht dies eine Regeländerung des schleswig-holsteinischen Fußballverbandes. Ziel von Aileen Stein war, diese Saison zumindest einmal im Trikot auf der Bank zu sitzen. Am ersten Spieltag konnte sie bereits zehn Minuten mitspielen. Luca hat mit Aileen Stein darüber gesprochen, wie sie zum Fußball gekommen ist und wie ihre männlichen Mitspieler mit ihr umgehen. Den Artikel findet ihr in der Folgenbeschreibung. Am Donnerstag beginnt in Rendsburg die 73. Ausgabe der Landwirtschaftsmesse Norla. Mehr als 500 Aussteller präsentieren sich auf der ausverkaufenden Veranstaltungsfläche am Nord-Ostsee-Kanal. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf erneuerbaren Energien und klimaverträglicher Landwirtschaft. Zur Eröffnung werden am Donnerstag Ministerpräsident Daniel Günther sowie Landtagspräsidentin Christina Herbst erwartet. Das war's auch schon wieder für heute. Die nächste Folge hört ihr am Mittwoch, den 30. August um 5.30 Uhr. Alle Themen könnt ihr auf srz.de nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf srz.de's Lernstimmenspodcast gehen. Ab Ende gestalten den Tag. Bis morgen. Ab Ende gestalten den Tag. Bis morgen.